Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, dass es so richtig geil hier ist. Echt? Der Bollwerk ist eine bessere Diskothek? Da kann nichts viel schief gehen, oder? Ja, in der Regel nicht, weil man hat wieder das alte Flair in der Diskothek wie damals in der Fund Factory. Das war ja auch eine Diskothek mit mehreren Bereichen. Und ich glaube, die Leute, die jetzt schon hier sind, nehmen es sehr, sehr gut an. Das nächste Event? Na gut, ich denke mal alle drei Monate. Aber ich plane, was mir in Koppelung schwirrt, immer einen Tag vor dem Feiertag. Das heißt, immer einen Tag vor dem Feiertag plane ich eine Fund Factory Revival Party. Ich möchte nicht, dass die Gäste lange auf diesen Abend warten. Hey! Warum hast du dir eine Flasche bei Fun Factory Revival gelobt? Ich weiß nicht. Damit die Viber kommen. Damit die Chickas kommen. Genau, damit die Chickas kommen. Was hat Geburtstag? Ja, Geburtstag. Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Ich brauche einen Termin bei dir. Ja, ruf dich an! Bekomme ich einen Termin? Ich ruf dich an! Nein, ruf dich an! Unglaublich! Heute bin ich im Ballwerk und ich bekomme einen Termin! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Wie taugst du hier? Es ist urlabern! Normalerweise gehe ich nicht ins Vollwerk. Aber heute bei der Veranstaltung einfach nur labernde Musik, labernde Leute. Urgut! Oh, ja! Oh! We gotta do this job for you! Oh, ja! Oh! Oh. Oh, ja! Oh, ja! Oh! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Vielen Dank.